Hallo, hier ist Christoph von TabTech.de und das ist eine Full HD Videoaufnahme mit dem Toshiba AT200. Am Display erkenne ich nicht viel außer mich selbst. Das ist hier bei dem Tablet außerordentlich spiegelnd. Etwas schade, kann wirklich nur sehr gering etwas am Display zu erkennen, was auch hier in 3 nicht ganz so gut ist. Und ja, wie das Ganze dann am Computer aussieht, beziehungsweise das seht ihr hier jetzt. Mehr vom Toshiba AT200 findet ihr in unserem Testbericht. Ich sage danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.